Am Eislich stehen alle am Zeichen vom Beachvolleyball. Am Kader von der Beach Days hat sie schon erst Kiespielen auf ihre Rendezvous invitiert. Es ist schon zu einer Tradition, dass es zu Wölverwölz am Sand gespielt wird. Im Laufe der Zeit des diesen Turniers, wo es hauptsächlich um den Amüsement geht, hat sie noch stark gewusst. Die Responsablen sind dann noch mehr zufrieden mit ihrem Sportevenement. Wir sind super zufrieden. Wir haben dieses Jahr, als Programmrum vor dem Jahr, mit zwei anderen Equipen, die wir aufholen können. Wie gesagt, auf den Feierterrain. Als 10. Edition bin ich ganz hofisch und ganz stolz. Als 10. Edition bin ich angefangen, ob wir auf den zweiten Equipen haben. Aber als 10. Edition haben wir auf den Feierterrain bei über 250 Stunden Sand gespielt. Gespielt wird mitten zu zwei Athleten. Das Duo hat einfach aus einem Jungen an einem Mädchen gestohlen. Das macht den Turnier für die Spieler und die Spektatoren noch mehr attraktiv. Die Ambitionen waren deils unerschiedlich. Macht zufriedenheit, wird der Sportler alle Gute an das Gesicht geschrieben. Die Stimmung ist gut. Die Equipen sind stark. Ich bin gekommen, mich zu trainieren. Ein bisschen fit zu halten. Ich meine, dass es super hält. Für die Bitschule war es ja gerade ideal. Dafür sind wir scheiße. Es ist ein bisschen zu amüsieren. Man weiß es nicht. Ich dachte mir nicht, dass ich schlauhe. Ich dachte mir, dass ich eine Party habe. Dann hat man einen Vorteil als Schlaufe. Dann muss Feuer gehen, Feuer. Dann machen wir eigentlich alles drauf. Ich meine, wir müssen alles sein. Wir haben viel, wir haben die Ambitionen. Die Leute, die haben uns ehren, sich alle. Also alles tipptopp. Das ist ein wenig Turnier, wo ich das ganze Mix spielen kann. Bei der Bitschule behält das sowieso im Sommer ein bisschen nach Form. Bei mir ist es natürlich flott. Ich kann mit meinen Freunden spielen. Wenn du gut von diesem flotten Sportdart kommst, dann hast du nur auf Wölverwölz gehen. Mit nicht mannen wie 70 angeschriebenen Equipen steht einem flotten Dach mit super Stimmung nicht mehr am Weg.